Hallo und herzlich Willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 25 Haushaltsarbeit Heute sprechen wir über das Thema Haushaltsarbeit. Das ist ein schwieriges Wort, oder? Haushaltsarbeit Haushaltsarbeit bedeutet Dinge, die du in deiner Wohnung machen musst, damit die Wohnung sauber und ordentlich bleibt. Eine Sache, die zum Beispiel sehr wichtig ist, ist Staubsaugen. Staubsaugen macht man normalerweise mit einem Staubsauger. Manchmal sagen wir Deutschen auch nur Sauger. Früher war ein Sauger immer ziemlich groß und unpraktisch. Heute gibt es sehr praktische Sauger. Es gibt zum Beispiel Sauger ohne Kabel. Du kennst vielleicht die Marke Dyson. Von dieser Marke gibt es sehr gute Sauger ohne Kabel. Sie sind sehr leicht und du kannst die ganze Wohnung sehr schnell saugen. Ich habe auch einen kabellosen Sauger. Mit einem kabellosen Sauger macht die Hausarbeit viel mehr Spaß. Es gibt sogar einen automatischen Staubsauger. Ein Sauger, der für dich staubsaugt. Du musst nichts machen. Das ist verrückt, oder? Eine andere wichtige Haushaltsarbeit ist das Geschirrspülen. In Deutschland haben fast alle Wohnungen einen Geschirrspüler. Das ist eine Maschine, die für dich das Geschirr spült. Also schmutzige Teller, schmutzige Gläser und so weiter. Das ist auch sehr sehr praktisch. Ich habe jetzt in meiner Wohnung keinen Geschirrspüler. Das ist sehr schade. Deshalb muss ich das Geschirr von Hand abspülen und abtrocknen. Geschirrspülen macht nicht so viel Spaß. In Japan ist es aber nicht typisch, einen Geschirrspüler zu haben. Hast du einen Geschirrspüler? Ist es typisch in deinem Land? Schreibe es mir in die Kommentare. Eine andere wichtige Haushaltsarbeit ist Wäschewaschen. In Deutschland haben die meisten Wohnungen eine eigene Waschmaschine. Mit Hilfe der Waschmaschine ist das Wäschewaschen ganz einfach. Nach dem Wäschewaschen musst du deine Wäsche trocknen. Manche Leute haben einen Wäschetrockner, also eine Maschine, die die Wäsche trocknet. Ich habe keinen Wäschetrockner. Ich hänge meine nasse Wäsche auf einen Wäscheständer. Schreibe es mir in die Kommentare. Schreibe es mir in die Kommentare. Neue Vokabeln. Neue Vokabeln. Haushaltsarbeit. Hauswork. Sauber und ordentlich. Bleiben. To stay. Staubsaugen. To vacuum. Staubsauger oder Sauger. Vacuum Machine. Praktisch. Convenient. Kabel. Wire. Cable. Leicht. Light. Easy. Kabellos. Wireless. Geschirrspülen. Wash the dishes. Geschirrspülen. Dishwasher. Schade. Unfortunate. Wäschewaschen. Make the laundry. Trocknen. To dry. Trockner. Dryer. Wäscheständer. Drying Rack. Nass. Wet. Heute haben wir über das Thema Haushaltsarbeit gesprochen. Ein sehr schwieriges Wort. Hast du alles verstanden? Wenn nicht, höre die Episode einfach noch einmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr diesen Episode gefallen habt. Wenn das so, dann bitte nicht vergessen, dass es einen Thumbs-up gibt. Und abonniert meinen Kanal für mehr Slow German Podcast Episode. Tschüss und bis bald. Gesehen in vier? Sie sehen erst an, es kommt hasta in vier. Wir schauen über dieses đi.